Ja. Also damit du halt von höher fotografierst. Ja. Und dann gehst du halt vor und so. Ja, hab ich gemacht. Also das sieht jetzt ganz cool aus. Wie ist denn eigentlich der Schnappschluss? Ja, ich mach das jetzt mal einfach, ne? Druck mich mal ab. Woher kommt der eigentlich? Weil ich hab jetzt auch welche. Ja, da steht wohin der gespeichert wurde. Ich hab jetzt mal einen gemacht. Bei mir steht kein... ach doch, da. Falls selber noch einen. Ja, noch ein paar. In Need for Speed World, in Dokumente. So, ist, würd ich mal sagen, perfekt, ne? Jojo. Oh, jetzt ist es sogar zu mir. Ähm, Lukas, lad noch mal einen zu irgendeinem Rennen. Den hab ich grad eingeladen, diesen Zoom-Mailer. Ja, den hatte ich nämlich auch noch. Ihr will ihn beenden, ne? Ja. Boah, jetzt kommt hier ein bisschen Demo, Alter. Teilnehmen. Private Flochgruppe einladen. Ja, wir sind hier alle noch am Fahren, Alter. Ach so, ja. Ihr müsst mal rausgehen. So, bin raus. Aber könnt ihr ja sehen, ne, wenn man hier so aufnimmt und so, dass das hier alles so richtig live und richtig schön mit Fehlern behaftet ist. Das tell me why did you do this to me why did... Also, ihr müsst ja unbedingt supporten, der ist richtig gut. Ja, jetzt mach hier nicht so ne Werbung, ey. Ja, ne. Das ist Linke da, das geht nicht. Was hat Linke? Och, ist egal, ich lache immer. Ey, nicht in nem Let's Play, ja? Ja, eben. So. René, hörst du mal auf damit? Das weicht doch gar nicht. Ich seh, Alter, ey, du machst hier wieder... Also, Yasin ist hier irgendwo drin. Fehlgeschlagen. Ey, könnt ihr euch mal darauf einigen, wer, wo und wann sich, ne, edit? Ich traf's ein, Junge. Chill, chill, chill. Ja, mach das. Bei dir kam Fehler. Also, bei mir steht, dass dieser Yasin in einem Event ist. Ja, ist er dann auch. Ist ja dann nicht schlimm. Ist ja gar nicht so wild. So. Da ist ein Zume. Fehler. Ach ja, was sollen wir da nur machen? Soll ich mal? Ich so wirst ein irgendwas geben. Wir hassen dich. Warte mal, der hat geschrafen. Wie heißt sein? Quatsch. Lukas. Was für Hammer. Kopf 13. Das ist doch nur privat. Außerdem, das ist unser Kanal, ne? Ja, deswegen schreib ich ja. Von dir hab ich Video gesehen. Okay, Yasin. Ja, ciao. Aber ist ja eh schon weg. Ähm, ich versuch jetzt nochmal einzuladen. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Ja, dann fahren wir vielleicht nochmal untereinander oder so. Oder versuchen es halt irgendwie. Okay. Das kommen auch nur irgendwie vier Einladungen raus. Das sind wohl ein paar beschäftigt. Wohl ging ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal zu fünf. Ja, das reicht ja jetzt schon mal als kleines Abschlussrennen, ne? Ja. Ja, find ich auch. Gang nimmst du auf? Ich, wir glaub ich, warte mal, wir haben so kurz vor 20 angefangen. Jetzt ist es 53. Also ein Viertel nach. Hä? Kurz vor 20 jetzt. Nee, das war nicht Viertel nach. Das war so 18 nach. Uh. Also ein Viertel nach. Ja, also ich würd mal sagen, so bis 8 oder so. Bei dich. Aber erst mal kommen, bevor ihr das hier seht, kommen ja erst mal noch die Einstiegsfolgen vom Boris. Ja. Weiß ich nicht. Cut my life into pieces. Ja. Also die kommen doch noch, ne? Ja, denke ich mal. Ist das Teamflucht? Nein. Sag mal. Ja, du mit deiner Teamflucht immer. Ja. Warum war das Schätze? Ey, was ist denn jetzt diese Sackviech? Shadow Sack. Ich fährt neben mir und ramm mich voll weg. Ja, das ist das Spiel. Ja? Ja, da kann er nix für. Ach, total. Ich fahr einfach. Guck mal, jetzt hat Moritz mich wieder weggerammt. Ach, ich weiß nicht. Ich muss mal fragen, ich muss gucken. Mann, Mann, Mann. Das hat man doch genau gesehen, ey. Hör, die Karren drehen alle ab, ey. Ey, jetzt hat einer sich den Boxster S geholt. Wir haben das nämlich verpasst, Moritz. Es gab nämlich irgendwie gestern oder sowas gratis. Ey, warum fährst du innen her? Ja, bist du doch immer ganz vorne dabei oder nicht bei gratis? Ja, eben. Ja, Rene ist eine gratis-Hufe, richtige Spieße also. Was bist du denn für einer? Keine gratis-Hufe. Ey, da spiel... Also Fraps nervt. Entweder 30 oder 50 FPS. Ey, jetzt entscheide dich doch mal. Ja, nämlich gut. Ja, deswegen ist Dijk's Tori besser. Wollen Sie kurz, Rene, ne, Fraps? Nee. Hab ja nix dafür... Ja, nee. Deswegen sag ich das doch. Ja. Wenn man das Glück hat und das gratis bekommen hat, dann ist das kein Fehlkauf. Ja, wieso hast du das eigentlich gratis bekommen? Ey, ich dachte, ich hab eine Abkürzung hier. Achso. Quatsch. Ey, was ist das denn so... Hier ist so ein Parkplatz, der sieht aus wie so eine Abkürzung, ne? Ich hab voll reingebrettert. Jetzt konnte ich wieder rückwärts fahren. Wieder beschleunigen. So. Sag mal, was ist eigentlich denn da... Ey, sag mal. Wie sie bekloppten. Entschuldigung. War mein Fehler. Ja, das war richtig dumm. Nein. Das war extra. Ja, genau. Und jetzt ist das Rennen vorbei. Ja. Genau. Das hat's jetzt richtig gebracht, Lukas, ne? Boah, Leute, da hat ich mir noch 250 gefahren, ey. Weißt du, und er wird letzter, der Heini, und drückt mir ein Ding ans rein. Ja, ich hab dir auch noch mal einen reingedrückt, also. So. 263. Das ist der Schnellste und er kann gar nichts. Ich bin bald Level Up, aber ich hab auch noch unter 1000 Punkte da. Machen wir noch mal einmal, oder? Ja. Ähm. Ich hab 238.944 Punkte von 239.700. Also ungefähr zwei Rennen. Ja. Ja, umso besser. Was hast du gelesen, René? Was hast du geschrieben? Ja, gut, dann hat er dich wirklich weggerammt. Ja, aber... Halb so wild, halb so wild. Scheißegal. Besoffen. Woher sind wir denn die? Ich hab' einen Freuhofen und ihr haben. Shadow will weg. Kannst du mir eine PN schreiben? Und dann schicke ich dir meine Daten. Dann könntest du ihn mal schicken. Ja. So ein Brunschlag, ne? Mhm. Boah, perfekt. Alles rausgeholt, was ging. Du meinst jetzt wieder die gleiche Strecke? Ich hab's gesehen. Ich hab' jetzt wieder die gleiche genommen? Ja. Du bist wohl gegen Auto gebreitet? Nein. Logisch gestriffen. Ja. Das sollst du mir hinter mir. Jetzt nicht mehr. Oh, kein Baum mitgenommen. Ne, also bei mir hast du einen mitgenommen. Ja, bei mir nicht. Mit dem Heck hast du den so mitgebremst. Ja gut, mit dem Heck kann sein. Erst mit Frontkammer. Ne. Wer drückt mir denn jetzt nen... Äh. Was soll der Scheiß? Oh, Entschuldigung, dass ich das jetzt so gesagt hab. Äh. Äh, das ist grad nicht wahr. Ich bin Erster, ne? Ja, und ich fahr hier wie im Bekloppen. Und ich bin... Oh, danke. Er hat mich beschleunigt. Ja, cool. Danke. Jetzt bin ich Vierter. Das ist der Platz, den du verdienst. Ja, ich glaub auch. Ich verdiene... Voll den Dreck, ey. Hier, fahrt mal die Abkürzung hier vorne. Nicht. Das war der Parkplatz von gerade. Alter, jetzt hab ich hier voll zu kämpfen mit denen hier. Das ist ein Rennspiel, kein Kanspiel. Ja, ich merk's schon. Aber man fährt hier wie ein Bekloppten. Also, mit dieser Kollision und so, ne? Das ist so... Weil wir wechseln die Fluss mit mir tecken. Ah, ja. Hattest du so die Autos nebeneinanderstehen in 2D so? Ey, sag mal... Ma, jetzt bin ich da vorgefahren. Äh. Kleiner Luttenbriller, ey. Ich bin die scheiß Magnete. Das nervt zu her, ey. Du, die holzen hier alles ab. Alles. Ja, je. Boah, so kurz vorzielen, ne? Ich dachte, jetzt hab ich mal einmal hier vorhin reingefahren, echt. Einmal immer noch nicht gewonnen? Ja. Boah, ey. Ey, komm, dat... Dat muss nochmal. Okay. Noch ne Runde. Oh, T3 Leistungsteil, Sportfahrwerk. Das ist geil, ne? So, jetzt nochmal. Nochmal ne Runde. Und dann war's das. Jojojojo, lad mal ein. Noch 100 Prestige-Punkte. Noch 220.000 Prestige-Punkte. Da temet. Oh, turmentsfarcessor. other Leute. Da, nee.